0 1 1 2 2 1 Ui, die fahren wir wieder. Na, wie gehst du bitte? Los, los. Oh, Jonas hat das mit der Kamera aufhört. Ja, Tim, es sind genug vom OC da, die gucken zu. Jetzt werden wir in. 3, 2, 1. Woh! 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 So, Leute! Woh! 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 ausgeschoben. Das ist eine Wichtung. Das ist wieder zu gelassen für mich. Das ist eine Wichtung. Auf Schuhl. Der Juni mit 1. Der Juni mit 1. Die Tülle mit 3. 3. 3. 1. Tim wird mir wieder rein. Ach so, ich seh ihn gar nicht. Ich bin da echt zum nächsten Mal. Ich denke, ich stehe da richtig. Der ist weg, du. Es ist alles gut. Dick allein! Ich will die einfach wegschieben. Er steht für den Streik und da hat er keine Kraft vor. Das ist alles. Ja, ich möchte den ... Du bist ja einfach wegschieben. Mach es bis jetzt noch nie. Ich glaube, ich irre. Ich mache das alles nicht. Wir wissen, ob wir kommen. Bauch. Das ist das Schade. Ich glaube, es ist schon ein Schade. Das ist eigentlich ganz cool, aber das ist ein Liege. Das ist gut, das ist gut. Ja, ja, ja. Hey! 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 Ich hab' die Laute. Ich hab' den! Warte, ich hab' die Laute. Ja, das darf man nicht beim Platz gehen. Nein, darf man nicht. Erstens! Dann musst du hier... ... alles, ja. Dann musst du mit der Kuh fahren und dich halt' die Ma а'rschくん'n. Ich hab' die Laute. Ich hab' die Laute. Ich hab' die Laute. Ja, das ist ja für Schammer. Ja, das ist ja für Schammer. Ja, die Augen haben. Eine heiße Dachau und hey, weil wir waren. 3, 2, 1. Das muss ich jetzt. Bei uns auf der Jumbo gibt es keine Klappe, oder? Nein. Bei uns auf der Jumbo gibt es keine Klappe. Ja, das Ganze auch theoretisch steht bei dem Baugleichen Roboter von Blankmollen und den aus Spälen stecken. Hm, wer macht das? Nächstes Jahr haben es so kleine Korialer bei uns gemacht. Sie kam einfach mit dem dritten Roboter an. Das war bei dem von dir aber auch schon. Irgendjemand kam mit vier Roboter an. Das war mit drei Roboter, aber dann sind zwei. Mal. 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 Halb. Mal. Dann haben wir mal was mit dem mehr Samstag. Mal. Ja. Ja. Ja, wir haben ja auch. Ja. Ich verstehe, dass es endet hier oben. Wir brauchen oben. Nein, weil wir haben nur vier Sachen. Wir haben nur vier. Nur vier? Nur vier. Sehr gut. Wir haben vorher den Stuhl, oder? Ja, wir haben drei, oder? Reicht uns auch. Ich bin noch nie kaputt gegangen. Ja, ich bin noch gut. Ich sehe auf jeden Fall, dass wir heute gestohlen haben. Ja, doch. Wir haben noch nicht genügend Winkel. Ja, die Winkel können wir aufbauen. Ich sehe es, können wir so arbeiten. Ja, wir sind die Stühle. Ich bin noch nicht genügend. Wir haben die Klappe. Wir haben die Klappe. Klappe, die Klappe, die Klappe. Das ist so. 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 Wir sind so. deterioriert. Woh! Ein November. Ein November. Das heißt, Ohrschluss. Ich habe an zwei Wochen gelاف觉得. Ja, aber das ist halt eins, ja. Das ist ja eins verloren, oder? Ja. Man sollte es verlieren. Verlieren mit dem möglichst hohen... Ist egal, es ist der Vergleich. Ja, der ist direkt vergangslend. Oh, 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 oh. Das ist so reich. Nicht direkt vergangslend. Ja, das ist tot. Ist tot. Ist tot. Zumindest die Liste raus. Ja, die Schuhe. Aber das kann doch direkt vergangslend werden. So vergangslend. Ach. Ach. Oh, ich will das. Oh, ich will das mal. Also, allein Deiner noch. Rausgefahren. No, no, no. Fuck. Ja, ja. Gitariert. Tim schreie auch einfach so rum. Nein, das machen wir nicht. Kost, ey, du. Das ist gleich mal. Das ist ein Objekt, die das mit Gehen mit. Oh, ich will das noch mal. Das ist mein Auge. Der kommt die Wandart. 3, 2, 1... Ja, ich kann das nicht sein. Das ist nicht der Grund. Die ist ganz gut. Also, das ist der Grund. Da ist das Gesamte ja auch. Ja, die ist es zu einem Pulsitzenden. Das war's für heute. was hat mir mir bekommen dass ich nicht mehr als ein Schnellen wir sehen uns die Leute hier sind wir Die Leute haben wir Untertitelung. Das ist ein ... Das ist ... Das ist ... Boah, boah. Das ist ... Das ist ... Achso, die haben sie recht. Wem hinten? Ja, hinten fahren sie nicht nach vorne. Ja, vorne fahren sie noch ins Tor. Das ist ja nichts. Ja, dann fahren sie eigentlich rein. Und wenn, dann müssen wir sie jetzt in der Terrasse aufnehmen. Aber dürfen. Und wir fahren dann hier raus, das ist auch immer. Das ist ja lieber zu mir. Und dann gehen wir noch an den Wechsel. Aus von Rech. Alle Nacht in zwei, zwei, drei, eins. Und los geht's. Aus dem roots, weg. Ja, kommt Parhampton, fließt. Wir sind auf dem Boden. Das ist glaube ich, schon sehr wichtig. Lass uns aufzunehmen. Wir sind auf dem Boden und dann auch ein bisschen. Vielen Dank für's Zuschauen. Vielen Dank. Ja, hast recht. Der LED beim Ein-Müll-Elven-Aushalt ist kaputt. Siehst du, wir vorne, wir vorne die Ein-Müll-Elven ist kaputt. Dieses ist kaputt, das ist ein Blödsinn geworden. Das hätte ich mal. Tim, Tim, was ist kaputt bei dir? Eine LED geht nicht. Das ist nicht die eine. Vorne die LED. Ja, halt ein Segment geht halt nicht. Das kann man ganz groß. Ja, weil da ein Fehler ist. Dann funktioniert die Linie so. 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 Ja, bei einem, der fährt raus, wenn der LED kaputt ist, vorne in der linken Linie. Ach, bei denen ist ja auch eine draußen. Ja, gerade aus dem Freisemarkt. Das sind eine, geht gar nichts. Ja, da kann ich halt immer rausfahren. Ja, da ist auch ein Konrad-Sprung. Ja, eigentlich soll das echt. Aber was ist es? Ja, da sind schon ordentlich Schlägetease erhalten. Ja, die eine Linie so viel ist kaputt. Ja, die eine Linie so viel ist kaputt. Ja, also der eine hat eine, die diese nicht geht und der Sensor funktioniert dann und den Erstrengung nicht. Oder die zwei. Und dann kann ich es vergessen. Ja, das ist nur eine Ausfahrt. Ja, das ist nur eine Ausfahrt. Ja, danke. Vielen Dank. Danke, Frau Dritt. Tja, Tja. behalte dich? Die Linie bleibt schon gut im Feld, aber wenn da vorne hängen die Erkmalung drauf, ist es richtig. Wir fahren nicht raus. Wenn es sich auf Hultur in der Nähe fahren darf, dann fahren wir nicht raus. Oh, Berlin ist was früher jetzt. Wir hatten in Istanbul auch mal gegen die Iraner gespielt und nach jedem Tor mussten sie ihre Platine mit Ice-Spray besprühen, weil da sonst irgendwas überhitzt wäre. Wir steckst gar nicht an. Wir verlieren mit drei oder vier Toren. Vier zur Zeit lang. Die andere Linien-Papier hatten ja LED verloren. Also die Sensor-Diapro nicht mehr. Das ist ein allerlei, weil sie die erste. Ich finde, dass die zweite Sensor-Diapro noch besser war. Die zweite Sensor-Diapro nicht mehr. Das ist ein anderer Sensor. Von dem Tor! Vielen Dank. Zerraten. Das ist eigentlich ein guter Einfluss. Nein, ich beschwär mich nicht. Ja, warum sollte man auf? Das war schon sinnvoll. Wir heben es wieder hoch. ... ... ... Vielen Dank. 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 Vielen Dank.